Komm schon, Schaden ran. Alter, du musst was trinken, Junge. Ich trinke ja, ich habe schon fast die ganze Flasche heute gesoffen. Die ist klein leer und ich wansch beim Fußball. Je wärmer es ist, umso mehr wird gesoffen. Ein Schluck die Flasche Echsen. So, wieder einer dauernd, zwewecke, gut, sehr schön, sehr schön. Hab maximal einen halben Liter weg, Ampfer, trink mal was. So, dann trink doch Wasser ohne, wenn du die nicht magst. Okay. Und fressen bist du besser. Ich hatte heute Fischstäbchen. Heute gab es mal kein Fleisch. Heute gab es Fischstäbchen. So. Oh, jetzt ist er jetzt nicht shiny. Boah. Alter. Scheiße. DS ist Schrott. Leute. Ich habe einen shiny Kapokime. Ach du Scheiße. Scheiße, ich habe gerade bei DS geschrottet. Ähm. Holy Shit. What the fuck. Mach den DS aus. Achso, das hat nichts damit zu tun. Egal. Alter, ich habe schon mal bei DS geschrottet. Egal. Ey fuck, ich habe gerade alles geschrottet. Nein. Ich kann nichts mehr drücken. Was habe ich getan? Ich habe alles kaputt gemacht. Mein Controller geht nicht mehr. Hä? Was? Ah doch, jetzt geht er wieder. Okay. Ah, geil. Ja, mitnehmen. Scheiße. Oh Gott. Oh. Junge. Ja. Fix und fertig. Oh. Wisst ihr, wie lange das gedauert hat? Also jetzt zieht doch mal den Stecker. Da kriegst du ja Krämpel. Äh. Das waren 171 Rates. Plus bestimmt 100 Rates, wo es verreckt ist. Oh. Geil. So, es ist shiny. Was hat es denn für ein Wesen? Ein zartes. Es ist zart wie Schokolade, Leute. Zart. Okay. Verteidigung blau, Spezialverteidigung rot. Ah, ja. Oh, ja, 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 ja. Da essen wir mal nur kurz ein bisschen. Ja, guck es dir an, Junge. Ich habe shiny Kapukime. Jetzt fehlt nur noch Kaputoro. Junge, weißt du, dass das ganz schön lange gedauert hat? Ja. Ist so. Das hat sehr lange gedauert. Aber es freut sich. Pock. Äh. Wir sind die schwarze Gang. Nice. So, Leute. Was jetzt? Was jetzt? Was. Was.